du willst wissen wie du ganz einfach einen titan weißen octane in rocket league side zwei fahren kannst leute natürlich gibt es auch keinen richtigen titan weiß auch den optics aber es gibt einen kleinen trick und mit ihr eure freunde verarschen können wo man einen titan weiß octane sieht deswegen freunde erstmal ein riesen riesen dankeschön wir haben es geschafft sechstausend fünf hundert abonnenten es ist einfach nur geisteskrank die ganzen die ganze feedback von euch die ganzen kommentare ist einfach super super krass ist wirklich gerade so real was gerade auf diesem kanal abgeht deswegen leute ich weiß nicht ich weiß das hört sich jetzt krass an aber vielleicht können wir es wirklich noch schaffen sogar die 7000 abonnenten dieses jahr zu knacken heute deswegen wenn ihr supporten wollt wenn ihr zur geilsten deutschen rocket league sidestripe community überhaupt dazu gehören wollte das super gerne ein abo da lasst auf jeden fall noch ein like und aktiviert die glocke für den algorithmus und ja freunde danke für euren support und ich würde sagen wir quatschen gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem kleinen lustigen trick let's go so leute wir sind jetzt also im game ihr seht ganz wichtig das ganze funktioniert nur wenn ihr den octane ausgewählt habt ihr habt natürlich am ende des teils nicht wirklich einen titan weißen octane aber es gibt einen kleinen wirklich einen richtig coolen trick womit ihr dann eure freunde verarschen könnt und zwar geht ihr einfach hier rein in den rocket pass wenn ihr in der rocket pass drin seid seht ihr schon wir haben hier ganz normal eure ganzen stufen und der octane ist noch ganz normal aber wenn wir hier auf level 49 gehen sehen wir schlangenhaut universell schlangenhaut für den octane wenn wir jetzt passt auf wenn wir auf dieses drauf tippen sehen wir haben wir einfach einen titan weißen octane und so könnt ihr super super einfach eure freunde verarschen ihr könnt dann sagen oh mein gott guck mal ich hab ein titan weiß octane gezogen oder aber das ist super super einfach es geht super einfach ihr könnt es gerne bei euch zuhause ausprobieren ob es bei euch auch funktioniert aber es geht es geht ihr müsst einfach nur hier auf level 49 auf die schlangenhaut klicken und wie ihr seht ihr habt eine titan weißen octane ja leute was soll ich sagen viel mehr kann ich dazu nicht sagen das war es eigentlich schon mit dem video deswegen verarscht auf jeden fall eure freunde damit es geht super einfach es geht super schnell und sonst würde ich sagen freunde war es jetzt auch schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen leute kurz geht raus danke für euren ganzes support ich würde sagen haute rein und ciao